Ja, alles Bedeutung, weil das habe ich extra für Franz, dass ich mich nicht vergesse und es registriert werde auf CD, heißt das Franzls, meine liebste Vibes. Ja, dann habe ich einen Verdacht, das ist die Stickel, wo du so schnell auf und draufwaschst und so schnell den Ton wiederholen machst. Ganz eigener Stil, interessante Stickel zu nehmen, nicht kompliziert ist von der Melodik, aber was er draus macht, das ist einzigartig und das ist ein gewisses Stil im Süden von Brasilien, obwohl du hast das alles selber gelernt, das Musizieren, oder? Ja, ich bin aufgewachsen, sagt man, Autodidakt und Gott sei Dank habe ich immer mit guten Musikanten mitspielt, von jedem Musikanten lernt man etwas, auf einmal ist er nicht so, aber es lernt man immer etwas und das ist halt unser Freund. Ja, ich bin aufgewachsen, ich bin aufgewachsen, ich bin aufgewachsen, das ist halt unser Freund vonating, das istejays mein jobs. Nein, ich bin aufgewachsen, ich bin aufgewachsen, ich bin aufgewachsen, inkediemen muss ich ihm sein! Musik 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 Das ist eine Bandera, von Brasilien, Stil von Taptanzmusik ungefähr, wollen wir schauen, was es rauskommt, gell? Das ist eine Bandera, von Brasilien, Stil von Taptanzmusik, wie ein Musik 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 Applaus 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 Danke, Jakob Steiner. Wir gönnen Ihnen jetzt eine kurze Basis und vor allem auch dem Instrument, das sich ja ganz großartig schmeißt. Lachen Das nächste Stück, もし Applaus 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 Lachen �� Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 und damit verabschieden wir uns Ich wünsche uns dann endgültig von Ihnen, von euch und bedanke uns nochmals für das Kommen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.